Gestern kam ein junger Mann zu mir in die Praxis. Danach traf er seinen Freund, der sagt, Mensch, wie war's beim Doktor, wie geht's dir? Oh, schlecht, schlecht. Mein Gott, was hast du? Ich hab Zucker. Wie hast du das festgestellt? Ja, da war immer so ein weißer Streifen in meiner Hose. Oh Gott, dann hab ich Zimt. Vielen Dank.